wir können sie nicht hier lassen ich werde dich nie damit wir müssen nicht kämpfen versöhnungskuss gefällig willkommen zu einer neuen folge von injustice zwei ich werde gerade zugespampt Alter Oh Gott, der ist Oh Gott, der ist Hat der wieder nicht geklappt, aber leckt mich Ich habe auch da Wichtig, Frauen vor, die nicht verrückt sind Tue ich auch Hast du einen Defibrillator? Ja, aber Not 10 Holly? Oh my, oh my Werden wir Deiner und Oli finden, wenn wir zu Brainiac gelangen? Dein Ernst? Sie sind bereits tot Wieso musst du das sagen? Brainiac sammelt die Besten und wirft den Rest weg Black Canary und Arrow gehören definitiv nicht dazu Ich würde sie jederzeit gegen dich eintauschen Wir sind da Warte, Harley Okay, pass auf, dass uns keiner folgt Nach dir Bitte Es ist zu still Feinde, keine Fledermäuse Ich habe Grott gesagt und er ist der Fledermaus loyal ergegen Er nannte mich Paranoid Aber zumindest hat er zugehört, als ich meinte, Batman würde seine Höhle nicht so leicht hergehen Reiz Gehört mir nicht nur das hier Sondern ganz Gotham So, ich versuch's einmal mit Catwurm Mal gucken, ob das funktioniert Ich muss mit Bane was klären Von allen wegen Batman leiden zu lassen Ist dein Schmerz Einer meiner Liebsten Du hast mich nie klein gekriegt Au, 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 au Goddammit What the fuck What, what Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God Ich komme dir gar nicht klar Jesus Christ Oh my God Deva nice toh oh oh Was'n DDT? Oha, nein! Ouch, goddamn! Holt mich aus der Luft raus! Jo! Bitte, bitte, bitte! Das ist ein verfickter Scherz, Amonastiki! Ey, da holst du den Finisher raus und der Finisher geht wieder daneben. Es ist so lächerlich! Okay, gib mir lieber den Cyborg. Cyborg, mein alter Kamerad. Ich war nie ein verstandener Superman-Verbrecher für das Regime rekrutiert. Das war seine Entscheidung. Wir gelten jetzt beide als Verbrecher. Also frag dich selbst, was ist der Unterschied zwischen uns? Das war's. Ah, Sugar-Fib besser. Ah, goddamn. Das kann doch nicht wahr sein. Ey, wann kann ich denn dein Finisher ansetzen? Ich bin vor, ich hab jetzt wieder verloren. Ich bin vor, ich hab jetzt wieder verloren. Halt die Kloppe. Ah, leckt mich am Aus. Ah, leckt mich am Aus. Warte ab, was ich sonst noch tun kann. Was krieg ich da? 50% Health? Der Unterschied zwischen uns? Ich kann noch stehen. Bereit, Brother Eye zu treffen? Wird wirklich Zeit. Das System läuft noch. Brother Eye braucht eine saubere Energiequelle. Eine, die Brainiac nie erreicht. Die Höhle hat Notstromgeneratoren. Das sollte reichen. Victor Stone, der Höhepunkt menschlicher Evolution. Jemand hat einen Bewunderer. Aber deine Menschlichkeit hemmt dein wahres Potenzial. Du musst sie eliminieren. Interessanter Gedanke. Da gibt's nur ein Problem. Ich bin ein Teamplayer. Und die Menschheit ist mein Team. Aber du bist zu so viel mehr fähig. Ich bin deine Erinnerung und Intellekt befreit von den Schwächen des Fleisches und der Emotionen. Offenbar auch befreit von meinem guten Aussehen und meinem Charme. Wir brauchen diese Notstromenergie. Sofort. Also. Great. Fühlt sich dieser Kampf für dich auch so seltsam an? Jahrelang rute ich als Subroutine in deinem System. Als Anomalie. Nie stellte ich mir eine Existenz außerhalb von dir vor. Nun begreife ich meine Perfektion. Und deine Obsoleszenz. Ah shit. Was ist das für ein Spear? Oh shit 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 shit. Ah motherfucker. Der kommt die ganze... Diese scheiß Attacke. Ah mon, na cool. Und tschüss. Das kann doch alles nicht mehr wahr sein. Ey. Das kann doch gar nicht so perfekt. Puh, geht aber so. Notstrom aktiviert. Bringen wir die Party ins Rollen. Kein Mensch. Nicht mal du. Kann meine Wache des Netzwerks kontrollieren. Das versuche ich gar nicht. Ich bring Badaai nur bei dich zu ignorieren. Dieser kleine Erfolg wird euch nicht retten. Brother I ist online. Willkommen zurück. Danke, Miss Kyle. Warnung Victor Stone ist in der Betthöhne. Gegenmaßnahmen werden aktiviert. Verteidigungssystem. Autorisierung LK4D4. Systemadministrator Selina Kyle. Netzhautverifizierung erforderlich. Identität bestätigt. Deaktivierung. Brother I, bring Geosync wieder online. Rose, der Funk gehört dir. Verstanden. Brother I, übertrage auf der alten Justice League Frequenz. Übertragung. Wir sind wieder online. Wir haben eine Stunde, um die Zivilisten zu evakuieren, bevor wir Raniac und die Flotte angreifen. Wo sollen wir anfangen? Diana, wir haben nicht viel Zeit. Batmans Strategie ist total falsch. Den Angriff zu verzögern ist sinnlos. Es bleibt weniger als eine Stunde bevor Raniac uns zu Hades schickt. Die Rettung dieser Leute kann Milliarden Leben kosten. Ich kann die Menschen dort unten hören. Jeden einzelnen. Sie haben Angst. Wie ich auf Krypton, als ich diese Kräfte noch nicht hatte. Und ich sehe uns an und denke mir. Wir können ihnen Hoffnung geben. Hier oben. Hier oben. Wieso fürchten Sie uns so? Minerva. Willkommen zurück, Diana. Hier! Ah! 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 Dein Herz ist kalt, Wonder Woman. Legen wir dich auf Eis. Oh, der Reverse Fletch ist wieder da. Echt nettes manöver. Hast du deinen Codex aufgegeben? Oder wieso arbeitest du mit Grott? Du bist auch nicht besser, Amazone. Du... Du hast Golden Glider exekutiert. Sie war meine Schwester. Eine Schwester, die du zur Verbrecherin gemacht hast. Sie musste für deine Fehler bezahlen. Was? WTF? Ah, nice. Oh, gut. Ah, nice. Oh, gut. Der der fuck off me. Ah. So sieht's aus, bitch. Oh, goddamn. Goddamn, damn, damn. Aus. Oh, das war's. Vielleicht hab ich dich unterschätzt. Mach dich auf was gefasst. Nur 15% ist der ja noch. Mein herzliches Beileid. Eobard Thorn, nicht wahr? Barry sagte, du wärst eine Art Zeitreisende. Ja, und lass mich dir von der Zukunft erzählen. Du denkst, du wärst unsterblich? Aber in meiner Zeit, Diana, bist du ziemlich tot. So, liebe Leute, immer hier mal einen Folgen-Break. Wir haben auch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part von der Justice 2. Bis dahin, haut rein. Und tschüss.